Das Finale der Böre Home Open. Hier ist er, der Gaste, der den Titel will. Es war eine tolle Woche, er will es können. Hier ist Fabio Fonini. Und jetzt kommt er, 141-fach in die Nummer 1 der Welt, der Superstar Fabio. Und jetzt kommt er, hier ist Raphael Nadell. Und wir brauchen alle Hände auf den Timberlitz. Und jetzt kommt er, hier ist responseme. Meine Damen und Herren, begleitet von den Kindern der Aktion Children for Champions und ich habe hier einen jungen Mann, ich glaube, das ist das Schönste bisher in deinem Leben gewesen, oder? Ja. Bist du ein riesen Fan von Raphael? Auf jeden Fall. Kannst du auch schon so gut spielen wie er oder fast? Äh, ja, nein. Ich finde immer wichtig, dass man ehrlich antwortet, das war eine super Antwort von dir, ne? So, na ja, da ist einfach alles offen. Wie ist dein Name? Henry. Mit wem bist du hier? Mit welchem Verein? Mit dem Tennisverein Blau-Weiß-Ratzeburg. Schöne Grüße an euch da oben, ihr seid der Raphael Nadal-Fanker.